heute herzukommen auf den stator gaming und heute schwimmen wieder wie ihr sehen könnt eine runde fifa 23 und wie ihr hier auch sehen könnt bin ich wieder zurück in fc bayern nicht mehr international beziehungsweise in der usa sondern ich bin jetzt wieder bei bayern ist eigentlich eine ganz heiße sache und es fehlt uns auch noch ein punkt 3 in anführungszeichen dann sind wir auf dem ersten platz in der bundesliga und das werden wir heute eventuell schaffen mal gucken so und jetzt würde ich sagen legen wir auch direkt mal los mit dem spiel so 15 tore habe ich gemacht ich bin der top bundesliga torjäger der bundesliga hat gar keinen sinn ergibt ergeben aber ja so wir spielen auch wieder von anfang an ich habe ausgehen natürlich die bild weitergearbeitet ob das jetzt schon vor wird ja ich springe jetzt mal hier hin und da ist die tolle vorlage und sogar das tor perfekt nice okay das war ein geiles tor ja scheiße oh man der hätte doch den jetzt klären können machen denn die die bayern leute sind echt interessante so jetzt hier schießt zu mir danke so so zum tor hinspringen wo er hätte den fast nicht gehabt aber leider doch der sollte zu mir gehen und nicht du egal wir stehen ja trotzdem noch 1 zu 0 das ist ja nicht so schlimm so so boah schießt oh man junge was bist du denn für ein behinderter spieler hä kommst du da was nein den kriegst du nicht hast du doch hast du doch gekriegt so äh was ist daran faul gewesen jetzt nee diesmal nicht nee diesmal nicht schießt schießt oh hier 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 oh man sind die blöd ey 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 derzeit man ey ey der hätte so gut zu mir passen können aber die sind alle zu bedeckert Ich bin einfach zu blöd, ein Tor hinzuschießen. Hinzukriegen war nicht, ihn hinzuschießen. Hinzuschießen einfach. Hä? Warum komme ich denn hier nicht mehr durch? Nein. Ja, natürlich, ja. Ey, dieses Spiel, das ist immer so behindert. Da steht niemand. Das kann ich erst hinschießen, Junge. Ja, nee. Ich muss mal kurz stoppen hier. So, es geht weiter. Äh, ich sehe nichts. Jetzt. Ich bin am Arsch, der Welt. Manchmal werden die Einblendungen hier nicht angezeigt, seht ihr? Ja. Boah, was war das für ein Schuss, Junge? Wo habe ich den denn noch hergekriegt, Alter? Was war das jetzt für ein Schuss? Also jetzt mal ehrlich, Shad. Ich sage schon wieder Shad, ne? Was? Wo kam dieser Schuss her? Seht ihr euch denn an? 15,2 Meter weg? Bam. Geil, 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 geil. Nee, den nicht. So. Komm her. Boah. Der ging fast noch rein, der ging fast noch rein. Jo. Ey, ich hatte den Fass. Ah, jetzt ist Halbzeit. Okay, 2-0 ist doch eigentlich eine gute Anzahl, oder? Ist eine gute Zahl. Ja, perfekt. Okay, okay, okay. Ja, das war ein... Das war ein Kackschuss. Das ist eine Wiederecke. Das ist eine Wiederecke. Ah, Mist. Ja, das war auch wieder ein Scheißschuss, aber... Passt schon. Zu spät geschossen. Ach, Junge. Ist der Bedeppert? Egal. Egal, 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 egal. Ja, Junge, wo soll ich denn hin? Warum habe ich denn jetzt gegrätscht? Wollte ich gar nicht. Bruder, ich habe doch mich angeboten. Äh, Junge. Yeah, passt zu mir. Boah. Was ein... Was ein Schuss, ey. Ja... Das war schon wieder ein Scheißschuss von dem. Die können alle nicht spielen, ne? Die sind alle zu blöd oder so. Moment. Please. Please, Moment. Okay. Weiter geht's. Musste kurz was schreiben. Sorry. Das war nett. Er war trotzdem wichtig. Was ein Scheiß. Jetzt werden die eingeblendet, oder was? Boah. Blockiert dieser blöde Spieler mich. Hätte ich ein bisschen heftiger geschossen, wäre es, glaube ich, sogar drin gewesen. Hä, wer hat denn jetzt hier wen gefault? Hä? Wen haben wir denn jetzt schon wieder gefault? Da habe ich kurz die Beine weggezogen. Da habe ich kurz die Beine weggezogen. Hä? Hä? Wie ist denn der noch an den Ball gekommen? Wie ist denn der noch an den Ball gekommen? Aua. Ja, das ist Ecke. Boah. Der wäre reingelandet. Der wäre reingelandet. Ja. Oh, heul doch nicht, Junge. Ja. Was für Abseits, Junge. Hey, der hätte auch einfach mal schießen sollen. Ja. 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 Und war wieder nichts. Komm. Sieß. Da stehe ich nicht. Oh. Ich habe einfach meinen Mitspieler gedingst. Ey, ich kriege echt noch kein anderes Tor hin. Mann, was ist denn das? Ah, okay, perfekt. Also zwei Tore reichen auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eigentlich ein gutes Spiel gewesen, oder? Also wir müssten, glaube ich, sogar jetzt auf dem Platz zwei sein. Äh, eins. Wir sehen es jetzt. RB Leipzig ist hier irgendwie, hat noch nicht gespielt. Das könnte sein, dass wir jetzt auf dem ersten Platz gerutscht sind. Ja, wir sind auf dem ersten Platz. Wie geil. Okay, nice. So, Entscheidungen. Bitte um eine Gehaltserhöhung. 75.000 an, wenn ich 79 bin. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ich habe mir auch mal gedacht, vielleicht könnten wir auch mal irgendwo hin wechseln. Könnt ihr ja gerne mal sagen, wohin. So, machen wir hier erstmal weiter. So. Oh, UEFA Champions League ist auch wieder bald. Nach dem Spiel. Aber Leute, ich würde sagen, das war es erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der es unten in der Videobeschreibung kommt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein und euer Seil. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, 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 tschau. Vielen Dank.